So, der braucht jetzt immer noch... Achso, okay, das wird sicherlich erst nächstes Mal was. So, eine Hindukusch steht da noch. Sehr gut. Ich liebe es, wenn ich genug nachgedacht habe und es dann am Ende zumindest ein bisschen klappt. So, ziehen wir das hier schon mal rein. Dann haben wir hier den Honig. Patsch, kriege ich die Dachpappe in 22 Minuten und habe mit ihr alle Aufträge erledigt und komme in der Story-Mission weiter. Also alle Aufträge erledigt für dieses Level. Muss man ja auch im Kopf behalten. Okidoki. Platsch. So, und das... Ach, das dauert noch so ewig lange. Ich brauche auch nur noch einmal Kuchen. Ich habe auch nicht so viel Dünger, dass ich jetzt damit schmeißen könnte. Das heißt, ich gehe das mal lieber ruhig an. Langsam. Schädük für Schädük. Geht hier gerade irgendwas ab? Äh, nee. Nee. Hm, hm. Nein. Welche Leute kriegen denn jetzt von mir überhaupt? Können überhaupt noch Deals mit mir abschließen? Jimmy ist durch. Der ist nicht durch, der will aber so viel Scheiß. Und gut zu wissen, aber das benutze ich jetzt mal nicht, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass ich das vielleicht gleich noch brauche. Wobei, ja doch Sourdiesel. Was ist mit Bobby? Ach, der will... Ja, die will irgendwie nicht. Und mit dem bin ich durch. Jut. Jetzt haben wir erstmal eine Skunk. Die brauchte ich für noch mehr Mehl, ne? Ja. Jetzt ist halt nur leider noch ein Stück Butter dazwischen. Aber... Es wird. Genau, ich jetzt eine Chemdog abschneide. Vorausgesetzt ist es eine fertig. Nee, aber es wird bald eine fertig. Da ist eine Chemdog und hier ist eine, ja. Sehr gut. So, das... Das muss noch warten, bis ich das nächste Mal Glas Cannabis machen kann. Dafür brauche ich eine Jack Harrah und Butan-Haschöl. G13 Haze und Sourdiesel. Sourdiesel. Ah, ich muss den ganzen Scheiß auch gleich zweimal machen. Was kann ich denn hier machen, um nochmal Dünger zu bekommen? Wenn ich Sachen repariere oder gieße. Okay, komm. Dann reparieren wir jetzt zwei Sachen. Ich hatte gesagt, Mülltonnen muss ich eh... So, nochmal drei Dünger. Und hier... Hier kann ich auch noch ein paar Punkte abstauben, wenn ich diese Sorten ernte. 10.800. Ich brauche 20.000. Ja, dann muss ich wohl noch ein bisschen was abschneiden. Ja gut, ich weiß ja noch nicht. Das ist eine Chemdog. Genau, Butan-Haschöl war's. Dafür brauche ich aber keine Chemdog, sondern Sourdiesel. Gut, Sourdiesel wächst aber schnell. Okidoki. 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 platsch es gibt so viele sachen die ich theoretisch machen könnte aber das ist jetzt auch schon wieder eine überlegung wenn ich das hier machen dann sind wieder 40 minuten lang dieses ganze ding nicht zu gebrauchen das ist natürlich auch gleich das längste teil dass das längste was man da drin hat aber auf der anderen seite brauche ich halt hierfür eine stunde und wäre schon gut wenn das läuft wenn meine aufnahme vorbei ist damit das in der zeit in der ich nicht hier sitze und warte fertig wird aber es ging hier um genau das dauert sogar zwei stunden und 30 minuten genau ich warte also erst hier rauf aber das passiert automatisch das heißt ich kann eigentlich ich kann eigentlich butanhaschöl machen also g13 haze und sourdiesel g13 haze steht da schon sourdiesel wächst noch und dauert ewig dafür benutze ich jetzt aber mal dünger gut aber dafür kann ich gleich zweimal machen vorausgesetzt hier springen paar blüten ab ne nur 14 ok aber ich habe ja noch eine g13 haze und Guts